Hallo Leute und willkommen zurück zu American Magies Alice. Ähm, ja. Es ist gerade Viertel vor zwölf nachts und ich habe mich dazu entschieden, gerade noch ein paar zu spielen. Ja, ich hatte einfach Lust gerade drauf. Ich hoffe, es mindert jetzt nicht meine Konzentrationsfähigkeit zu doll. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich im Moment etwas zu unruhig, um zu schlafen. Und, ähm, ja, ich hatte ja nochmal nachgeguckt jetzt, ähm, was ich machen kann, um dieses Tor hier aufzumachen. Und, äh, ja, ich gebe zu, ich habe ein bisschen wieder nachgeforscht, nachgeguckt und ich wäre aber auch nicht drauf gekommen. Ganz ehrlich, wer kommt denn da drauf, die dusselige Uhr zu benutzen, die wir jetzt wieder haben? Oder die wir jetzt neu haben. Und dann, zack, halten wir die Zeit an und dann bleibt das Tor offen. Da fühlt man sich ein bisschen verarscht. Das ist total einfach und ich laufe hier quer durch den blöden majestätischen Irrgarten, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das mit dem Tor machen kann. Dabei ist des Rätsels Lösung so einfach. Man hält die Zeit an. Und deswegen gehe ich jetzt hindurch und komme ins Terror in der Luft Level. Yippie, das klingt ja schon sehr einladend. Aber egal, wir schlagen uns auch durch die letzten Level von Alice in der Hoffnung, dass wir dem Ende näher kommen. So. Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke. Oh ja, das mache ich, Grinsekatze. Das tue ich. Ich tue alles, was du mir sagst. Ach, genau. Jetzt ist das Tor nämlich rot, deswegen kann man da nicht durch. Das merke ich mir oder habe ich mir jetzt gemerkt für das Spiel. Grün kann man gehen, rot muss man stehen. Ganz einfach. So, ähm, wie komme ich da denn jetzt hin? Natürlich über die Dinger hier. Hui! Yippie, fast runtergefallen. Nee, 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 nee. Oh Gott, bleib stehen. Shit, ähm, wo sind die Zacken? Wo sind die Zacken? Macht sie kaputt. Ja, die müsste jetzt eigentlich tot sein. Die müsste doch jetzt tot sein. Komisch. Warum ist sie jetzt nicht gestorben? Keine Ahnung. Gott, gut, dass wir die aber haben. Wie immer gut, dass wir sie haben. Hopps. Bin ich nicht hierher gekommen? Nö, hier war ich noch nicht. Huch. Ja, das hättest du wohl gerne. Nämlich hier erschrecken, ne? Ja. Stirb. So. So. Die erschrecken einen hier voll. Die sind voll gemeino. Gemeino, gemeino. Nein, nein, komm, geh da hoch. Oh, das war knapp. Äh, wah, wah, wah. Nein. Ah, das kleines Alicechen. Voll runtergeknallt. Das machen wir nochmal. Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke. Oh, ja. Ach, die sitzt da hinten. Okay. Wahrscheinlich sollen wir sogar zu ihr. Kommen. Treiben wie ein... Wo ist denn jetzt die Hexe? Da ist sie. So, jetzt erwache wieder, damit ich dich kriege. Tick-tack. 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 Schade, dass ich die Energie nicht bekomme. Zu mir, bitte. Aber nein, sie ist irgendwo da unten jetzt verschollen. Wo ist die nächste Hexe? Hier war doch einer. War hier nicht eine? Hier war doch noch eine zweite, dachte ich. Na, nü. Wie dem auch sei, speichern darf nicht fehlen. So. Geht er... Nein, 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 nein. Auch gut, dass ich gespeichert habe. Ah, manchmal reagiert sie auf das Springen nicht nochmal. Und dann muss ich ja da vorne auch gleich mal aufpassen. Wenn dieser Seitenstrahl wieder kommt. Wo kommt der denn raus? Bei dem nächsten erst oder bei dem hier? Oh Mann, oh, sie fällt da immer runter. Geh doch mal da drüber hinweg. So. Nein, zurückbleib. Zurück. Wieder. Nein. Ach sie. Oh Gott. Dich verdampfe. So. Ein Hopser. Nächster Hopser. Da ist der Strahl. Jetzt geht er weg. Schnell rüber. Schnell rüber. Und da, da, da. Genau. Und da. Nein. Oh Mann, oh. Zu lange auf einer Stelle geblieben. Aber ich bin wesentlich weitergekommen. Ihr habt es genau gesehen. Ich habe es mir nicht eingebildet. Nein. Das war doof. Ich bin zu schnell vorgerückt. Ich warte wieder. Ich warte lieber wieder. Das ist nicht einfach. Halt Terror in der Luft, ne? Wie das Level schon heißt. Kommt der jetzt oder kommt der erst, wenn ich komme? Fieses Ding. Nein. Ach. Ich glaube, ich kann... Ich kann auf dem Vorderen warten. Ich denke immer, da kommt der Strahl. Deswegen mache ich so schnell. Ich glaube aber, dass ich auf dem sicher noch bin. Das ist der Nächste. Also ich darf einfach nicht weiter. Also hier jetzt darf ich hin. Aber nicht weiter. Genau. Und jetzt schnell hin. Das schaffe ich. Schaffe ich. Oh, das war knapp. Das war knapp. Jetzt da schnell hin. Und. Juhu. Oh man, das war jetzt aber knapp und gut. Ätschi, bätschi. Oh, oh. Da kommt gleich die Nächste. Wo bist du, Hexe? Böse Hexe. Da. Komm her, du. Ich krieg dich schon noch. Ich krieg dich schon noch. Die geistert voll um mich herum hier. Und bevor sie mich runterkickt, speichere ich lieber. Ich habe nämlich vor deren Windstößen immer noch ein bisschen Angst. Da ist sie wieder. Stirb doch mal endlich. Warum kriegen die sie nicht mehr? Hallo? Halten. Nein. Warum? Na endlich. Oh, die war jetzt aber echt schwierig. Erst jetzt fühle ich mich wieder so ein bisschen sicher. Ich glaube, ich soll da vorne hin. Ich glaube schon. Aber ich habe die schwierige Hexe besiegt. Da würdet ihr doch auch speichern. Ja. Warum bringen die mir nichts gerade? Das ist voll doof. Von wegen. Von wegen. Das habt ihr euch so gedacht. Dimm, 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 dimm. Dimm, 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 dimm. Ich habe sie schon gesehen. Ja. Kriegt sie, kriegt sie, kriegt sie, kriegt sie. Da oben ist mein Portal. Ne, ist klar. Ist klar. Ist klar. Das war die next one. Witch. Ganz schön viele Hexen, die hier rumschwören. Okay. Muss ich jetzt hier wieder zurück? Oder ist das ein... Ich hoffe, das ist ein neuer Weg. Weil da unten ist das rote Tor. Ich glaube schon, dass ich hier richtig bin. Aber bevor ich hier runterknall, ne? Bin ja froh, dass ich aus dem Irrgarten raus bin. Das geht ganz schön schnell hier. Hallo. Oh Gott. Hallo. Habe ich es geschafft? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn gelandet? Wieder ein bisschen weiter hinten? Ja, anscheinend. Dann gehe ich den Weg eben nochmal. Solange es nur laufen ist. Was war das denn jetzt? Okay, da kam so ein Windstoß aus der Seite. Nein. Du bleibst da bitte. Nein. Nein. Das war's. Ne, lieber sterbe ich, als dass ich jetzt noch eine Ebene tiefer wieder anfangen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Hier war das jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo ich aufpassen muss. Ja. Und weiter. Und weiter. Und hops. Geschafft. Juhu. Okay. Ja. Und jetzt? Was kommt jetzt? Sich hier runterfallen lassen? Ah. Hier kann ich weiter. Nein. Nein. Bitte nicht. Was habe ich gemacht? Ich wollte Escape drücken. Irgendwas ist passiert. Trockene Landung. Nicht schon wieder. Nein, nicht trockene Landung. Oh Mann, ich habe es gerade gesch... Ja. Ach, leck mich doch, Spiel. Ey. Ich weiß jetzt, was man nicht drücken darf. Man darf nicht F1 drücken. Und ich dachte, das war meine Escape-Taste. Und mit F1 kommt man immer ins trockene Land. Was ist das für ein Quatsch? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt... Oh Mann, jetzt muss ich... Mann. Ich habe es gerade so schön geschafft. Und jetzt schaffe ich es bestimmt wieder nicht. Okay. So, und hier warte ich jetzt. Ne, hier warte ich jetzt. Da wartest du jetzt. Und schnell rüber. Und schnell rüber. Und... Und... Hops. Hexe. So, Hexe geschafft. So, und jetzt aber Escape. Ganz vorsichtig hingeschaut. Unmöglich. Irgendwas ist immer, ne? Ja. Du musst da schon... Warum tut dir der Dampf so weh, oder? Irgendwie tut ihr das ein bisschen weh. Huch. Was? Wo? Hexe? Wie, was, wo, was? Da. Ach, da. Danke. Mistvieh. Und deswegen speichere ich immer. Genau deswegen speichere ich immer. Nein. Ich glaube, ich bin echt noch nie in einem Spiel so oft gestorben wie hier. Lass dich fliegen. Kleine Alice. Schwebe wie ein Falke. Oh, das hat geholfen. Ach, ach so. Man sollte einfach nur hier durchlaufen. Warum war es denn so kompliziert gerade? Ja, die machen wir aber noch fertig, ne? Wir lassen nicht einen Gegner durchgehen. Wir werden sie alle verrecken lassen. Na dann aber. Durchs Portal würde ich sagen. Wenn wir schon das geschafft haben, dann will ich hier keine Zeit vergeuden. Ab ins in den rätselhaften Wahnsinn. Ja. Ab in den Wahnsinn. Ich habe zwar jetzt ein paar Anläufe gebraucht, bin ab und zu gestorben. Aber es ging doch recht schnell. Also ich bin froh, dass das jetzt nicht so tückisch und so schwierig war, dass man es jetzt nicht schafft. Weil ich hatte jetzt auch keine Lust, 20 Minuten lang durch diese Dämpfe da zu fliegen. Aber ich bin immer noch froh, dass wir durch den Irrgarten jetzt endlich raus sind. Zwar durch so ein bisschen, äh, ja. Lösung gucken, aber trotzdem. So, jetzt sind wir wie hier, hier, ne? Ja, seht ihr ja? Schon wieder ein Irrgarten? Oder wie, oder was? Nanu, wo sind wir hier? Und das sieht aber schon ein bisschen, das sieht cool aus, aber gefährlich. Und das sieht irgendwie genauso aus wie der Irrgarten wieder. Ab in den Wahnsinn. Nein, 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 nein. Und er hat mich gekriegt. Er hat mich gekriegt, der Arsch. Der Arsch. Ja, du mich auch. Wo kommen die Nächsten? Rechts, links? Hm, ich weiß überhaupt nicht, wo lang. Scheiße. So viele. So viele! Nein, 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 nein. Ich brauche Energie, ich brauche Energie, ich brauche Energie. Shit, 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 shit. Energie, Energie, Energie. Okay. Okay, die habe ich schon mal und die habe ich auch. Das ist aber schon ein bisschen actionreich hier. Ich weiß auch nicht, ich muss mal, einfach, weil ich es auch mal lernen muss, würde ich sagen, probiere ich jetzt auch mal ein bisschen die anderen Waffen aus. Die benutze ich nämlich irgendwie gar nicht. Ich muss die einfach mal ein bisschen mehr testen, würde ich sagen. Und was kann das Ding jetzt? Was kann denn der Stab? Der kann gar nichts. Der macht gar nichts. Was ist denn jetzt hier drin? Blub, 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 blub. Das war jetzt nur so ein Test mal, weil, also irgendwie hat das Ding gar nicht viel gebracht. Nehmen wir mal die Trompete hier wieder. Okay. Seid ihr tot? Ich glaube schon. Nein, da kommt wieder so einer. Stirb. Haha, ich mache dich platt. Ich mache dich platt. Haha, mit nur meinem Messer. Bin ich gut oder bin ich gut? Hehehehe. Hehehehe. Was ist das jetzt hier für ein Wasser? Ist sie da drin nicht gestorben? Achso, da sprengt sie so. Ne, sie kann da, ach, sie kann da, oh, hier so Tomb Raider mäßig. Nein, 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 nein. Stirb. Ähm, Alice? Achso, da oben war, äh, ja. Bin ich da hergekommen oder war da ein neues Atemloch? Okay, ich kann hier also runter. Was ist denn, wenn ich jetzt aber nicht da runter gehe wieder, sondern mich hier erstmal so ein bisschen wieder durchschlage? Was war denn hier noch so? Ups. Hi, Leute. Oh, da hinten ist ein Upgrade. Oder eine neue Waffe oder irgendwie sowas. Okay, das war's mit euch. Komischen Kartensoldaten. Mach den da hinten mal fertig, dann stört er nicht mehr. Hm. Okay, gut. Ne, dann hole ich mir das jetzt natürlich mal. Yay. Jetzt ist mein Stern nämlich stärker noch. Sollte er zumindest sein. Und dann speichere ich wieder. Das ist ja interessant. Man kann jetzt hier also runter ins Wasser und da rumtauchen. Wieso ist denn da jetzt schon wieder einer? Warum sind hier immer wieder neue? Ich fühle mich verarscht. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich fühle mich ein bisschen doof, wenn die immer wieder kommen. Komm mal her, du Monster. Es sind einfach zu viele immer. Und was ich gemein finde, ist, ich finde, wenn man welche besiegt hat, dann dürfen die nicht wiederkommen. Das ist sonst irgendwie unfair. Das ist gemein. Speichern. Und eigentlich ist der Part jetzt schon so bei 20 Minuten, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier runter. Einfach, weil ich so neugierig bin und jetzt nochmal wissen will, was hier ist. Aber sie ersäuft mir hier auch voll schnell. Ach, ich glaube da unten. Geh mal runter. Da ist doch... Da leuchtet so hell. Was ist denn hier? Okay, das bringt mir nichts in der Ecke. Wo kann ich denn hin? War ich hier in der Höhle schon? Ich glaube nicht. Wo kann ich denn hier hoch? Kann ich hier irgendwo hoch? Ja, ach so, da ist ein Fisch irgendwo. Da ist doch ein Tor. Kann ich hier nicht irgendwie... Nein, hier kann ich auch nicht hoch. Scheiße. Ich kann hier nirgendwo hoch. Das ist echt ein bisschen blöd. Irgendwie doof. Da kannst du hin. Hier kann die Alice mal eine kurze Rast machen. Ich glaube hier in diese Höhle sollen wir auch. Egal, ob ja oder nein und was hier in dieser komischen, düsteren Höhle noch ist, das erfahren wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.